Sieht ganz so aus. Ich hab mich gefragt, wann du wohl auftauchen würdest. Du hast uns erwartet? Nun, ich hab ihn erwartet. Ich will damit sagen, man hat mich informiert, ein junger Hexer würde mich aufsuchen, wann immer die Zeit reif ist. Keiner hat was gesagt über, ähm, was immer das hier ist. Ich bin Annalise. Oh, guten Abend Annalise. Ich bin Gabrielle. Ich arbeite für eine gewisse Mercury. Und sie hat unserem glotzenden Freund hier ihre Hilfe angeboten, netterweise. Er braucht das Blut seiner Familie. Und sie hat Proben von allen Hexenfamilien, also sollten wir das Problem los hinkriegen, oder?